Ihr kennt das doch, ihr habt schon irgendwas ganz oft gemacht und sagt, ach Schatz, das mache ich dir jetzt eben. Hier ist es jetzt, der Gurtwickler, der hier unten dran hängt. Mein Schwiegervater war großer Fan von diesen elektrischen Gurtwicklern, hat jetzt nach vielen Jahren seinen Geist aufgegeben. Ich habe gesagt, ach ich baue da eben einen Rohrmotor ein, habe ich doch schon ein paar Mal gemacht. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich hier oben gefunden habe. Yippie, das hat geklappt. Jetzt Jojos Workshop abonnieren. Machen wir mal als erstes die Gardine runter. Ich habe das schon geklärt, meine Frau will die dann direkt waschen, das passt ja dann ganz gut zusammen. Also machen wir mal die Kiste auf. Das ist hier jetzt schon angenehmer als in meinem Elternhaus. In meinem Elternhaus ist es eher so wie hier. Hier, da sind Holzplatten davor geschraubt, zutappiziert, da findet man die Schrauben immer nicht. Hier war schon mal auf, da habe ich auch schon mal drin gearbeitet. Sonst nehme ich immer ein Magnet, um die Schrauben zu finden. Also machen wir jetzt hier oben weiter. Einmal auf. Und dann schaut man fachmännisch da oben rein. Eidenei. Und dann zeige ich euch jetzt mal, dass das hier oben das Dürfste ist, was ich bis jetzt gefunden habe. Das hier ist wieder so eine uralte Welle aus Holz. Und hier erkennt man schon, die ist auch schon dabei, Mürbe zu werden. Und wenn man das jetzt mal hier aushakt, kann ich euch zeigen. Das Krieg, nein, das Haus ist nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu aufgebaut worden. Das ist abgebrannt im Krieg. Und da haben die immerhin hier schon die Lagerung für das Dings mit eingeputzt. Aber die ganze Wand hier ist nicht verputzt, ist nicht glatt. Da kannst du nichts dran schrauben. Aber ich zeige euch jetzt gleich, wie das ganz, ganz einfach geht. Ich stehe ja jetzt auf dem absoluten Profigerüst. Das ist ein Regal, das mein Schwiegervater mal sehr massiv gebaut hat. Wenn ihr so einen Blödsinn macht wie ich, dann guckt erst nach, ob das stabil genug ist. Ich habe schon mal hier so ein bisschen gewackelt. Es hält mich aus. So, in diesem Falle passt ja dieses Wickelrad hier durch. Bei dem anderen Video, das ich gemacht habe, da passte das ja nicht dadurch. Und ich konnte auch nicht weit genug rüber, um das zu handeln. Dann muss man es hier durchsägen. Hier kann ich das jetzt da hinten auch irgendwie aushaken. So, kann den Wurt hier raufziehen. Den habe ich bestimmt auch schon mal gewechselt. Und jetzt sieht man... Ach, Hilfe, Dreck! Also, früher haben die das einfach hier mit so einem Stück Rollladengurt befestigt. Der wurde hier an der Welle angenagelt. Und hier oben ist so ein Schlitz, da hat man es einfach durchgezogen. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Cutter, der hoffentlich noch scharf genug ist, und schneide das eben ab. Wir brauchen es nämlich nicht mehr. So, ab ist es. Sieht gut aus, geht aber auch gut ab. Hier kann man jetzt auch erkennen, der hat nicht mehr wirklich gut da oben drin gehalten. Der hat sich auch hier regelrecht losgearbeitet. Das ist ein Riesenloch geworden, vierkantig halt. Und von daher ist es gut, dass wir es jetzt machen. Ich habe mich, als ich die andere Welle abgemacht habe, gewundert, warum die das hier noch mal so oft genagelt haben. Ja, hier fehlen die Nägel, hier hat es sich rausgearbeitet. Also haben die mit ihren Nägeln doch damals recht gehabt. Guckt mal, wie viel Mühe die sich früher gemacht haben. Das ist ja irgendein geklebtes Holz, das auch schon mal feucht geworden sein muss. Hier hat sich ja die Verklebung gelöst. Aber hier, schön genagelt, hier mit dem Rahmen. Ja, ich würde sagen, das ist dann irgendwie 50er Jahre. Wie haben die Altvorderen das gemacht? Die haben hier diesen Haken eingeputzt. Hier hat schon mal jemand Gips nachgesetzt, damit das hält. Für uns ist wichtig, dass wir den Drehpunkt und den Drehpunkt da hinten, ist das gut, dass ich den Zollstock in der Hand habe. Dafür werden meine Arme auch nicht lang genug. Dass man die behält, sonst muss man sich die wieder suchen. Die Arbeit kann man sich ja sparen. Was wir jetzt machen werden, hier lassen wir das drin. Da setzen wir einfach ein Holzbrett hier vor. Denn wenn ich hier ein Holzbrett hinsetze, kann der Rollladen da immer noch dran vorbei. Da kann ich dann problemlos das Brett vorsetzen. Und hier hinten, auf der anderen Seite, steht der Haken ja sehr weit vor. Den säge ich jetzt gleich einfach ein bisschen ab. Aber erstmal schneiden wir jetzt zwei Bretter zu, die da reinpassen und übertragen diese Drehpunkte als Kreuz auf das Brett. Da muss ja dann der Mittelpunkt von der späteren Lagerung sitzen. Ich messe jetzt eben hier aus und dann schneide ich unten zwei Bretter zurecht. Ich nehme einfach OSB. Die Dachdecker, wenn die irgendeine Kiste bauen, nehmen auch OSB. Also ich rechne immer in Millimetern, deswegen für Andres ist das natürlich 25 mal 29 Zentimeter. Für mich ist es 250 mal 290. Jo, dann gehen wir mal in den Keller, besser gesagt in die Werkstatt und schneiden eben zwei Brettchen zu. Und das Beste ist ja, ich habe immer irgendwelche Reste noch da rumliegen. Das machen wir garantiert aus Restholz. Ich war jetzt unten in der Werkstatt und habe diese Streifen hier mit meiner Kreissäcke geschnitten, als Konsole quasi, um das da anzuschrauben. Ist mir aufgefallen, ich hätte natürlich auch eine Filmaufnahme machen können. Schließlich habe ich den Parallelanschlag selbst gebaut. Glaubt mir, er hat toll funktioniert. Das Video gibt es oben im Eck. Ich glaube, das ist das Eck oder ist das? Auf jeden Fall in einem der Ecken. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Anschlag. Jetzt zeige ich euch, was ich mir vorgestellt habe. Das kommt hier oben so hin. Und dann kann ich da die große und unten auch. So. Und dann kann ich da jetzt diese Platte vorsetzen. Das heißt, wir müssen jetzt nur erst mal die Streifen da an der Wand fixieren und können das hier dann hinterher in aller Ruhe da hinschieben und messen dann auch vorher noch den Mittelpunkt, den zukünftigen Drehmittelpunkt aus. Das Holz hier oben ist ja verhältnismäßig breit. Ich werde wahrscheinlich da an der Stelle eine Schraube setzen und da eine Schraube setzen, dass die Klötzchen nicht runterfallen. Denn das Drehmoment, das aufgenommen werden soll, oder die Last, die aufgenommen werden soll, wirkt ja nur nach unten. Da steht das Brett hier unten auf und zur Seite, das packen die Schrauben locker. Deswegen brauche ich die Schraubdinger hier gar nicht noch wirklich in dem Mauerwerk zu verdübeln. Wenn es bei euch nicht so toll ist, dann müsst ihr es halt im Mauerwerk noch verdübeln. So. Zweites Loch anzeichnen. Dann wollen wir jetzt mal hoffen, dass wir die Löcher auch irgendwie treffen. Hält. Das gleiche machen wir unten auch noch. Wenn das da dran ist, melden wir uns wieder. So. Das hätten wir jetzt da fest. Und jetzt kommt das Brett. Das hat jetzt auch schon Spinnwebel angesetzt. Aber ich habe gerade keinen Gartenstaubsauger hier oben. Müssen wir gleich mal noch mit dem Handfeger durchgehen. Kann das so hier hin. Und dann können wir da den Rollladenmotor dran befestigen. Bevor wir das Ding hier festschrauben, müssen wir uns natürlich überlegen, wo ist hier der Mittelpunkt. Also messen wir einmal von unten. Ich sage mal, die geschätzte Mitte von dem Loch ist bei 155. Von unten. Und wir nehmen diese Kante, auch die Außenkante nehmen wir. Da ist ja sogar so etwas wie ein Zacken drin. 125 von vorne. Eins, zwei, fünf von vorne. Unten und vorne. So. Hier ist oben. Also messen wir uns das jetzt aus. Dann ist da vorne. Von unten 155. Da sind wir irgendwo hier. Und für vorne schieben wir das jetzt hier an die Kante an, dass das auch sauber anliegt. Und müssen jetzt da die 125 messen. Die haben wir hier. Da oben müssen wir aber hin. da wären, müsste jetzt, wenn ich richtig gemessen habe, das Ding sitzen. Also da habe ich das Kreuz gemacht. In der Höhe. Hier. Und ich würde sagen, das passt ziemlich exakt. Das können wir so nehmen. Auf der anderen Seite müssen wir das gleich genauso machen. Die machen wir aber auf-cam fest. Jetzt haben wir es aber da drin. Einmal vorne anlegen. Das hält jetzt. Da habe ich mir jetzt auch den Mittelpunkt markiert. Und jetzt kann ich ja hier hinter dieses komische Dings abschneiden, weil sonst das Brett zu weit vorne steht. Und wenn ihr euch mit eurer Regierung Ärger einhalten wollt, dann nehmt einen Winkelschleifer. Das stinkt dann ja immer so nach der abgenutzten, verbrannten Trennscheibe. Ich versuche es jetzt erstmal mit der Handsäge. Aber das da raus zu hauen, das traue ich mich auch nicht. Ich befürchte, die Altvorderen haben das Extrembrut da reingehämmert. Und eingeputzt. Also, der Knubbel hier oben ist jetzt endlich weg. Das mit der Hand absägen, ich liebe meine Frau halt so. Und wenn ich hier mit dem Winkelschleifer geschliffen hätte, hier oben mit dem trockenen Holz, das wäre ja aus Feuerschutzgründen auch nicht so toll gewesen. Ich habe mir also schwer einen abgebrochen, das abzusägen. Jetzt ist es ab. Und jetzt habe ich festgestellt, hier ist ja noch ein Absatz. Da kann ich aber jetzt mal mindestens eins oder vielleicht sogar zwei von den Brettstreifen hinlegen. Damit dann dieses Brett, ja, also zwei Streifen da hinlegen, hinlegen, hinschrauben. So. Da liegt das abgeschnittene Stück hier. Damit das abgeschnittene Brett dann gut hier hin passt. Das hält dann auch so. Wenn ihr euch mal ein anderes Video über die Jalousien anguckt im RK-Zimmer, da sind das so ganz filmschige Metallbügel, an denen das angeschraubt ist, die hin und her wackeln können. Das hier stützt sich ja hier auf. Das hält dann auch, wenn ich das jetzt hier neben oben und unten anschraube. Dann hält das auch. Die Jalousie will ja nach unten ziehen. Und dann zieht die in die Kiste nur rein und will die nicht wegdrücken. Das hält garantiert. Gut. Drin ist es. Jetzt haben wir da oben das Loch vorbereitet mit den beiden Brettern, wo wir alles montieren können. Was brauche ich? Ich brauche natürlich den Rohrmotor und eine neue Wickelwelle. Die alte war ja aus Holz. Ich brauche eine neue. Die Wickelwellen gibt es hauptsächlich in zwei Größen. SW für Schlüsselweite 40 und das ist SW 60. Das braucht man hier für die breiteren Lamellen. Bei kleinen Lamellen ist das dann SW 40. Hier, das ist auch ein Motor für SW 60. Den kann man im Internet bestellen. Link gibt es unten. Hier hinten kommt die drehende Welle raus. Und das Teil dreht dann die Wickelwelle, also das SW 60-Dings. Dann muss man den ganzen Spaß noch verdrehgesichert irgendwo montieren. Dafür gibt es entweder hier dieses Dings mit dem Stern da drin. Das wird dann hier aufgesteckt. Oder dieses Blech, das so aufgesetzt wird, dass diese beiden Nasen gestützt werden. Das ist bei mehr Drehmoment sicherlich sinnvoll. Da muss man halt nur ein Loch in der Wand machen, damit dieser Zapfen da reinpasst. Weil ich faul bin und die Jalousie nicht so schwer ist, nehme ich dieses Dings. Das habe ich bei allen anderen Rollläden auch genommen. Das hält auch. In das andere Ende der Wickelwelle kommt hier so ein Ende. Das gibt es in Kunststoff für kurze Sachen und in langen... Falls man eine zu kurze Wickelwelle verlängern will. Hilfe! Dann brauchen wir noch einen Betätiger. Nennen wir es Schalter. Den nehme ich jetzt am liebsten. Runter, rauf, stopp. Und der kann sogar noch hier so ein... Entweder so ein Funksender empfangen oder halt an so ein Home... Office, nein, wie heißt das? Home Automation... Nein, da gibt es auch einen tollen Namen für. Wie heißt das? Smart Home. Smart Home, an so eine Smart Home Station mit Sender anschließen. Und man kann es von Hand betätigen. Klasse Sache. Wenn man es anschließt, das sind ja die Drähte für rauf und runter. Wenn man die jetzt eigentlich wechseln müsste, also aufschrauben, andersrum einführen, nein, kann man hier umprogrammieren. Guckt euch mein Video an, wo ich den Anschluss erkläre, da weise ich da nochmal drauf hin. Und jetzt fangen wir mal an, den Spaster oben rein zu montieren. Ach so, halt! Hier! Entweder könnt ihr das so wie dieser Lichtschalter hier unter Putz montieren. Ich mache ja jetzt eine nachträgliche Montage und habe keinen Bock, hier Löcher zu stemmen. Man kann auch so einen Aufputzrahmen bestellen. Da passt hier der schwarze Montagerahmen von dem Taster rein. Und dann kann man den hier hin machen. Ich werde ihn wahrscheinlich jetzt erstmal hier unten aufkleben, einfach so, weil die Elektrik hier sowieso irgendwann neu gemacht werden muss. Hier auf den Brettern habe ich mir ja die Mittelpunkte markiert. Bei dem ersten kann ich das ganz einfach anschrauben. Bei dem zweiten halten wir dann doch mal die Wasserwaage auf die Welle. Mal gucken, es könnte ja auch sein, dass der gesamte Kasten leichtes Gefälle hat. Wir wollen es ja so gerade wie möglich haben. Das hier ist jetzt das Antriebsrad SW60. Das kommt hier oben drauf. Und hier ist der Sicherungsklip. Der wird jetzt hier aufgeschoben. Fest. Jetzt kann das nicht mehr da runter. Und das dreht dann hinterher die Rollladenwelle. Und jetzt schieben wir den ganzen Spaß in die Rollladenwelle rein, weil wir ja die 2-Meter-Version gekauft haben. Und die ist etwas zu lang. Da müssen wir ja gleich auch noch die Länge ermitteln. Also vorsichtig einführen mit viel Gefühl. Die 60er lassen sich einfacher einführen als die 40er, weil der Motor nicht so dick ist im Verhältnis zu der Welle. Der Motor passt sonst in die 40er-Welle ganz genau rein. Da muss man immer mehr Gefühl haben. Und jetzt kommt der große Moment, wo wir die Länge markieren. Mit diesem Einsatz kann man ja auch noch ein paar Zentimeter ausgleichen. Der sollte sicherlich mal bis mindestens hierhin drinstecken oder besser hier. Aber man muss es nicht auf den Millimeter genau ausmessen. Wir zeichnen mal oben an. Jetzt steckt es da hinten drin. Also wenn wir das hier abschneiden, müsste das ganz gut sein. Da machen wir das jetzt ab. Vorsichtig da wieder raus. So halten, dass der Motor da nicht rausrutscht. Das wäre ja doof. Da. Die Winkelschleifer-Fraktion wird das jetzt wieder beim Winkelschleifer abschneiden. Bis dass ich den aus der Kiste geholt habe, ist mir glaube ich zu viel Arbeit. Ich säge ja gerne. Damit habe ich da in der Ecke diesen komischen Zapfen abgeschnitten. Ich glaube, ich muss auch mal noch in ein neues Sägeblatt investieren. Jetzt machen wir das hier eben ab. Das ist ja dünnes Blech, das sägt sich auch ganz einfach. Winkelschleifer wäre vielleicht doch besser. Das will hier immer wieder raushüpfen, weil das Rohr so flexibel ist oder so vibriert beim Sägen. Das ist ja so ein gekantetes Rohr, das hier mit der Falz verschlossen ist. Hier ist die Nut in dem Dings. Die muss da hin. Und wenn man das entgratet hat, dann geht das ganz leicht da rein. Die Länge habe ich ganz gut getroffen. Hier muss ja jetzt noch das Lager hin. Und da muss ich ja auch reinkommen können. Deswegen muss schon ein bisschen Luft da sein. Jetzt kommen wir zum Lager. Hier. Neues Lager. Vorher hat das ja nur in der Gabel da gelegen. Jetzt habe ich ein neues Lager und eine Lageraufnahme. Weil wir unser schönes Brett da haben, brauchen wir die ja nur mit Spackschrauben anzuschrauben. Dann haben wir Ruhe. Das Lager. Achso, das wird da so ein bisschen gehalten, dass es da nicht wieder rausspringt. Das klipst nur da so ein. Aber es mag mich jetzt noch nicht so. Das Lager hat sich jetzt doch etwas mehr gewehrt, als ich gedacht hatte. Wichtig ist, dass das hier unten aufliegt. Sonst rutscht im Laufe der Zeit das Lager nach unten unter der Belastung. Ich habe jetzt hier so eine ganz billige, kurze Wasserwaage. Die hat aber schon mal den Vorteil, sie hat einen Magneten und sie hat ein Licht. Sie hätte auch noch einen Laser, der nutzt mir aber jetzt nichts. Jetzt stecken wir unser Lager mal hier hinten drauf. Da wäre, da ist ja mein Kreuz. Und da kann ich jetzt schon sagen, dass das Kreuz an der richtigen Stelle sitzt. Ich kann das also so festschrauben, wie ich es angezeichnet habe. Und ich nehme also jetzt hier einfach den Bohrer, den 12er Bohrer. Das ist auch ein 12er Lager da. Ich biege den da rein. Und kann jetzt in aller Gemütsruhe hier in meinem Kringelchen malen. Eins. Zwei. Die Vierer-Schräubchen, die ich geholt hatte, waren zu dünn und die Fünfer sind eigentlich zu lang. Aber egal, dahinter ist ja Platz. So. So. Hält. Jetzt können wir unsere Welle einhaken. Nämlich, es passt ganz genau nicht. Vorhin kam ich hier nicht dran vorbei, da hatte ich doch nicht kurz genug geschnitten. Aber wie war das? Abschneiden geht immer, dranschneiden geht immer noch nicht. Und deswegen ist das jetzt so, oh, voll in Ordnung. Und jetzt hängt das. Den Streifen, ja, ich habe so viel abgeschnitten. War dann vielleicht doch etwas mehr, als ich gemusst hätte. Aber das ragt jetzt noch bis dahin da rein. Das reicht allemal. Und jetzt gucken wir mal noch an dem anderen Ende. Hier sind jetzt die beiden Stellschrauben für die Endschalter. Die dreht ihr euch natürlich so, dass es euch auch gefällt. Ich denke, ich lasse das so. Wenn ich das jetzt um... Mal gucken, wie das wirkt. Wenn ich das jetzt um einen Zacken weiter drehe da... Nee, das gefällt mir nicht. Ich will das andere haben. So will ich die da drin haben. Hier ist ja das Loch, wo der Gurt vorher durchging. Da komme ich mit meinem Kabel wunderbar nach unten. Denn das ist lang genug. Das reicht bis hier unten zu dem Schalter. Ich mache mal den Rollladen fertig zum Anschluss hier oben. Die alten Dinger raus. Bei den alten Rollladen hatte man ja hier reingeschraubt. Das geht bei dem. Bei der Ausführung mit dem Rohrmotor nicht. Wenn ich hier reinschraube, geht der Motor kaputt. Deswegen muss man diese Befestigungsdinger nehmen. Die gibt es in zwei Längen. Ich habe die langen genommen. Aus dem ganz einfachen Grund. Oft ist ja die oberste Lamelle nicht mehr dafür geeignet. Müssen wir gucken, ob wir das da drüber kriegen. Und wenn man die oberste Lamelle raus macht, braucht man ja ein bisschen Längen ausgleichen. Den haben wir jetzt. Die werden jetzt einfach hier seitlich reingeschoben. Und lassen sich auch gut rüber schieben. Da es die immer im Dreierpack gibt, habe ich jetzt sechs Stück gekauft. Dann hält es auch gut los. Es gibt auch so Aufhängungen, die dann gegen Wiederhochschieben sichern. Aber das habe ich jetzt hier gelassen. Wahrscheinlich würden vier von den Dingern auch reichen. Aber ich mache jetzt einfach alle sechs da dran. Aber jetzt müssen wir erst mal anschließen, damit wir die Welle so stellen können, dass wir das hier einhaken können. Ein Stück Kabelkanal, um das Kabel hier schön zu verstecken. Das ist noch von der alten übrig. Das nehme ich jetzt einfach. Hier ist jetzt das vierartige Kabel, das da oben noch durch das Loch gezogen werden muss. Wir ziehen das erst mal hier durch. Schöner wäre es, wenn ich da hinten ein neues bohren würde. Kann ich immer noch tun. Wir wollen ja nicht den Designerpreis gewinnen, sondern einfach nur eine kaputte Jalousie reparieren. Und wenn ich es da irgendwann mal hier neu tapeziere oder so, dann mache ich das mal ordentlich. Den Kabelkanal klebe ich später mit doppelseitigem Montageklebeband hier irgendwo an. Aber jetzt für die erste Montage reicht das so, finde ich. Wenn man sich das jetzt hier betrachtet, wird das angeschlossen wie eine normale Verlängerungsschnur. Wer das noch nie gemacht hat, der lässt die Finger davon, der lässt es vom Elektriker machen. Hier steht nämlich jetzt Leiter, Null, Null, rauf und runter. Also, der braune kommt hier rein, der braune von der Zuleitung kommt hier rein, der blaue von der Zuleitung kommt da rein, der blaue hier vom Rollladenmotor kommt da rein und dann haben wir hier jetzt noch schwarz und braun. Die sind für rauf und runter. Die macht da wahlfrei da rein. Drehrichtung kann man hinterher noch tauschen. Und ach so, und das, da wollte ich drauf hinaus. Und die Erde müsste halt selber mit einer passenden Klemme selbst anklemmen, weil die hier nicht angeschlossen wird. Jetzt müssen wir die Zuleitung hier noch anschließen. Die kommt noch von hier unten. Die ziehen wir auch mit durch das Loch hier rein. Zack, hält, 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 hält. Gut. Alles drin. Was hat der Jojo vergessen? Den Rahmen. Also alles wieder ab. Jetzt passt's. Den Abdeckrahmen habe ich jetzt auch hier drüber. Und jetzt kann ich endlich richtig anschließen. Ach, was eine schwere Geburt. Wenn man nicht aufpasst, oder? So, einmal drehen. Jetzt passt's ganz rein. Und glücklich kommen wir sein. Hier hinten in dem Vierkant ist ein Loch, da kann man so einen Sicherungsstift durchstecken, damit das da auf gar keinen Fall rausrutschen kann. Jetzt betätigen wir mal hier den Abwärtstaster. Die Endschalter sind sehr nah eingestellt. Ich drücke jetzt den Aufwärtstaster. Er müsste sich ja eigentlich so rumdrehen. Tut er aber nicht. Er dreht sich abwärts. Müssen wir die Drehrichtung ändern. Das ist jetzt also nicht irgendein Hack, sondern das hat der Hersteller so vorgesehen. Drehrichtung ändern, falls sich der Motor in die Falterrichtung dreht. Also Auf- und Ab-Taste gleichzeitig drücken, bis das es anfängt zu blinken. Stopptaste. Und das soll die Abwärtstaste sein. Fertig. Ich drücke jetzt abwärts. Es klappt. Und jetzt kann man hier, das sind Pfeile nebendran. Der Pfeil zeigt in diese Richtung. Deswegen ist der für Ab und der für Auf. Muss man halt immer genau gucken. Wenn man das andersrum einbaut, dass das Kabel da hingeht, dann sind wieder zwei Stelldinger da. Die zeigen dann andersrum. Also hier muss man jetzt darauf achten. Der zeigt so rum. Das ist der für Ab. Ich drücke jetzt mal auf Ab. Jetzt könnte ich hier dem sagen, fahr weiter ab. Nämlich ist, dass ich hier diese rechteckigen Schlitze in einer schönen Position habe, dass ich meine Dinger jetzt gleich da drum herum ziehen kann. Und da hinten muss ich auch noch anschrauben. Das habe ich nämlich vorhin vergessen, anzuschrauben. Dieses Abschlussende kann da noch reinrutschen. Da machen wir jetzt eben das Schräubchen rein. So, die Schraube muss nichts tragen. Die dient nur dazu, dass das nicht mal hin und her rutschen kann. Und das kann es jetzt nicht. Jetzt müssen wir unsere ganzen schönen Dinger hier einhaken. So. Zack. Und dann klappt das. Zack. Richtet die hier gerade aus. Wenn die so schief stehen, brechen die ab. Habe ich alles schon ausprobiert. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Hier ist jetzt ja der Motor hinter. Das ist bei den dicken Wellen überall gleich einfach. Bei den dünnen Wellen liegt jetzt der Motor direkt dahinter. Da ist das immer ein bisschen doof. So. Alles hängt drin. Bevor ihr den Rollladen einhängt, fahrt das Ding in die untere Position. Dann habt ihr die Endposition schon eingestellt. Jetzt drücke ich hier wieder die Auf-Taste und weiß ja jetzt, für rauf ist es der obere. Und jetzt muss man hier drehen. Bis das ist in der Position, die man haben will. Hier das Kabel werde ich hier noch mit so einer Klemme befestigen, damit das nicht hier reinkommt. Hier den Kabelkanal klebe ich hier auch noch an, dass das ordentlicher aussieht. Fertig. Fertig. Es funktioniert. Das andere mache ich dann noch schön. Und jetzt kann ich wieder sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und zu euch kann ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Fertig. Auf! Schon jetzt,